Wasch auf! Ich bin gleich auf der Siffer, glaube ich. Ich bin gleich auf der Siffer. 25 kann man da ausziehen, oder? 25? Schreiben Sie so rein. Ja, man kann nicht. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich bin gleich auf der Siffer. 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 Aber die gestrigen Urteile im Fall Luca am Landesgericht Innsbruck sind heute noch Tagesgespräch. Vor allem der Schuldspruch gegen die Sozialarbeiterin hat beim Berufskollegen große Betroffenheit ausgelöst. Was heißt das jetzt für die Mitarbeiter? Mit Unternehmer und Mitarbeiterinnen? Ö3-Reportabend von Böhmer, mit einer sehr konkreten Antwort. Im Fallen gibt es keine Antwort in Sachen Verständigung der klar verursacht. Der Klaue 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 verursacht. Wir brauchen immer Klaue Befunde. Das ist wichtig. Das ist das Problem. Auch die Medizin, das wissen Sie vielleicht, dass ja diese klare Befugung nicht immer möglich ist. Da war es am ersten Mal die Möglichkeit davon gesehen, die Familienabulan zu betrugen und Kinder in ihrem Raumfeld zu belassen. Wir übernehmen dies im Rüssen aus einer sehr unklaren Situation. Wenn der Gesetzgeber hier sagt, wir wollen, dass die Sozialarbeiter auf der sicheren Seite sind, dann müsste man sagen, dass eigentlich ambulante Unterstützung immer auch für diese Kürze. Das ist eine Frage. Jetzt haben wir es noch gut. Die Ralfel ist hoch. Die Ralfel ist hoch. Die Ralfel ist hoch. Die Ralfel ist hoch. Der wurde auf der Sitzung, der Gerichtag. Er ist verbundenlich, dass die Sozialarbeiterin auf der Anlagebank sitzt. Da waren ja auch noch viele Ärzte, die denfallsten Luca untersucht haben, aber sich zu keiner klaren Stellangnahme oder einer Anzeige durchführen. Das ist eine Räder, oder? Ja, das ist ein Räder, oder? Das ist ein Räder, aber wir haben uns ein bisschen drauf. Das ist die Räder. Das ist die Räder. Das ist schon auch sehr gut. Wir halten eigentlich schon nicht so, oder? Bei Fahrer, oder? Wir halten eigentlich schon nicht so. Wir halten jetzt auch bis 60 bis 8.